Die Agrardiesel-Rückerstattung ist eines der zentralen Themen für die Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland. Auch wenn der Bund bisher kaum reagierte, will Brandenburg die Bauern weiter entlasten. Dazu Ministerpräsident Dietmar Woidke. Ja, wir haben es geschafft, da einen besseren finanziellen Rahmen für unsere Landwirte zu schaffen. Wir haben ein Stück weit das ersetzen können, was auf der Bundesebene weggefallen ist. Aber trotzdem stehen wir dafür, dass diese Agrardiesel-Rückerstattung weiter so läuft, wie es bisher gewohnt war. Es ist einfach Investitionssicherheit für die Landwirte. Und deswegen ist es für uns immens wichtig, einen guten Rahmen zu schaffen für die Landwirtschaft. Finanziell, aber auch gleichzeitig natürlich zu gucken, wo Vorschriften da sind, die keiner nachvollziehen kann, die niemand was bringen. Und da ist die Landwirtschaft in besonderer Art und Weise betroffen. Da sitzen wir momentan auch mit den Landwirten zusammen und werden da auch einige Dinge streichen. Auch bei uns im Land Brandenburg. Der Landesbauernverband verweist auf bisher 13 Entlastungen für die Bauern, bei insgesamt 55 Forderungen. Die weiteren Erwartungen der Landwirte sind also groß. Ich hoffe, er hält sein Wort und unterstützt uns auch weiter, dass es mit der Landwirtschaft wieder weiter vorangeht. Und dass wir Lösungen finden für die Probleme, die wir haben.